Yo, was geht, was geht, Freunde? Ihr seht schon richtig, wir spielen heute Minecraft auf einem einzigen Schweineblock. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und schaut bis zum Schluss, um nichts zu verpassen. Denn dieser Block ist mega besonders. Ihr seht schon, es ist einfach ein Schwein. Okay, das Ziel ist es natürlich, so lange wie möglich zu überleben. Ich mache das diesmal hier ganz allein. Ich bin ganz allein. Egal, so, ich haue jetzt drauf und wir gucken mal, was uns das Schwein hier jetzt geben wird. Fleisch, was ist das denn jetzt? Das ist jetzt ein Hohn. Was? Jetzt ist das schon, das war doch gerade noch ein Schwein. Okay, krass, okay, okay, wir machen direkt weiter. Wow, was ist das? Okay, Federn und noch mehr Fleisch. Hallo. Oh mein Gott, okay, 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 wartet mal kurz, wartet mal kurz. So, wir bauen jetzt hier einmal drumherum. Ich habe mega Angst, dass was passiert. Jetzt ist das auf einmal ein Stück Erde geworden. Okay. Oh, eine Kiste. Was haben wir drin? Oh mein Gott, Äpfel. Oh nein, so ganz viele Stöcke und auch Eichensetzlinge. Sogar noch Knochenmehl, damit können wir die Bäume ein bisschen größer machen. Mega cool. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt hier einmal. So, zack. Und komm schon, komm schon. Danke für nichts, Digga. Okay. Was ist denn das hier? Hey, ich dachte, du wirst jetzt groß. Egal, wir machen weiter. So, wir machen jetzt die Kiste einmal kaputt. Und wir kriegen eine... Oh nein, ich darf natürlich nicht sterben, weil sonst bin ich gestorben. Genau. Und dann ist die Runde natürlich auch vorbei. Oh Gott, wie viele Tage werde ich jetzt hier überleben? Ganz allein auf mich. So, Erde. Noch mehr Erde. Perfekt. Okay, weiter. Noch mehr Erde. So. Schaf. Fleisch. Okay, okay, okay. Pass auf, wartet mal. Wir machen das mal kurz hier rein. Unser gesamtes Essen packen wir mal kurz hier rein, dass wir ein bisschen Überblick haben. So. Die Stöcker behalten wir mal kurz. Oh, Holz, Holz, Holz. Wichtig. Gib mir mal dein Holz. So. Komm schon weiter, weiter, weiter. Und noch mehr Holz. Okay, 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 okay. Zack. So, dann würde ich sagen, machen wir uns als erstes eine coole Werkbank. Die platzieren wir natürlich hier hin. So, können wir jetzt schon was damit machen? Nein, eine Schaufel könnte ich machen. Aber das ist noch nicht das Ziel. Sehr schön. So, jetzt können wir schon mehr machen. Okay. Ich würde sagen, als erstes mache ich mir natürlich ein Schwert. Ganz wichtig. Falls gleich irgendwie ein Zombie kommt, habe ich auf jeden Fall ein Schwert. Und dann würde ich sagen, auch noch eine Pizza. So. Perfekt. Und weiter geht's. Oh mein Gott. Noch mehr Fleisch. Okay. Die Mob-Dinger sind also Fleisch. Okay, okay, okay. Verstehe. So, wir bauen hier mal weiter. Wir erweitern das Ganze mal. Was ist das denn hier? Dreck. Okay. Okay, wir haben ein Schwein. Schwein hat Fleisch gebracht. Das ist doch sehr gut. Nein, daneben. So, ich muss aufpassen. Hier kommen gleich Mobs. Also, beziehungsweise können Zombies rauskommen. Oh, weiter. Fleisch. Okay, so. Wir sortieren das Ganze mal wieder. Fleisch weg. Fleisch weg. Und Eichensetzling weg. So. Das ist ganz schön viel Dreck. Und unsere, ja, unsere Insel sieht schon nachher etwas aus. Die machen wir kurz hier weg und platzieren die hier hinten hin. So. Hast du mehr Platz und mehr Erde. Okay. Jetzt machen wir dich hier kaputt. Wartet. Oh nein. Hier war das. Oh. Ich dachte, Alter, ich dachte gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Oh, ich dachte, wir haben gleich nichts mehr. Ey, ein Schwein. Ja, Feini. Geh mal da rüber hin. Perfekt. Wir machen gleich weiter, Schweini. Wir müssen hier jetzt einmal weiter looten. So. Okay, ich brauche wirklich eine Axt. Pass auf, Schweini. Sechs Stück. Okay, Schweini. Wir machen dir gleich einen Zaun, okay? Also an Fleisch. Oh, eine Kiste. Schweini, geh weg. Schweini, geh weg. Ja, let's go. Oh mein Gott, wir haben Steine, Schweini. Ja. Schweini. Was sagst du dazu? Guck mal, wir können uns jetzt erstmal, ganz wichtig, so. Und dann machen wir uns noch ein Schwert. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, wir können uns noch kein Schwert machen. Okay, okay, wir brauchen Holz, Schweini. Pass auf, Schweini. Ich bin gleich wieder für dich da. So, wir machen unsere Kiste einfach hier drüben. Brauche ich gar nicht, das brauche ich nicht. So, und jetzt erweitern wir unsere Kiste. Ganz einfach. Zack, Fleisch weg. Weg damit. Fleisch, Blumen, auch alles weg. Damit können wir gleich... Oh, Samen. Wichtige Hase. So. Müssen wir mal wirklich hier weiter aufbauen. Zack. Und unsere... Unseren Ofen können wir jetzt auch hier hinstellen. Perfekt. Sehr gut. Oh, nein. Ein Mob. Oh. Nein. Wo ist der hin? Wartet mal. Ist hier unten etwas? Hallo. Alter. Ich dachte, da ist jetzt was. So, wir haben noch mehr Stein. Das ist sehr gut. Oh. Oh. Nein, 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 nein. Eisen. Kohle. Noch ein Mob. Oh, nein. Ich habe Angst. Okay, okay, wir haben noch mehr Kohle. Perfekt. War das gerade ein Creeper? Das war gerade wirklich ein Creeper. Oh mein Gott, es kommen die ersten Zombies, glaube ich. Ich muss wirklich aufpassen, nicht, dass gleich die ersten Zombies kommen. Oh mein Gott. Weg mit dir. Wartet mal, wartet mal. Äh, was haben wir jetzt hier? Wir können immer noch kein... Wir können immer noch keine Sticks machen. Mann. Ich muss wirklich jetzt kurz hier weg. Los. Weg, weg, weg. Spinnennetz. Schweine hier. Guck mal, wie der guckt. Nein. Oh. Mann. Ich muss das Ganze nicht überleben. Guck mal, die Insel sieht doch sehr, sehr klein aus. Aber ich kann das Eisen schon mal schmelzen. Ja, das kann ich gleich mal machen. So. Eisen. Guck mal, das kann ich doch schon mal schmelzen. Zack. Perfekt. Während du hier schmil... Oh. Nein. Oh mein Gott. Runter mit dir. Ich glaube, du spinnst. So. Alter. Wir haben noch mehr Erde. Mann, ich brauche doch noch einmal Holz. Bitte. Falsch. So. Gib mir doch bitte Holz. Sehr schön. Noch mehr Eisen. Oh mein Gott. Wir können gleich was richtig Cooles machen. So. Aber ich brauche... Oh, oh. Skilett. Okay. Eine Kiste. Oh. Richtig. Oh mein Gott. So, passt auf. Wir haben ganz viel Holz. Äh, ganz viel Stein. Das heißt, wir können jetzt hier richtig drum herum bauen. So, Schweini. Komm mal mit. Sehr gut, Schweini. So. Unsere Insel wird größer und größer. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, Schweini. Komm her. Wir bauen dir jetzt hier ein Gehege gleich. Warte mal. Das muss weg. Das muss weg. So. Und das Gehege wird hier stattfinden. Komm her, Schweini. Und kaputt machen. So. Sehr gut, Schweini. Jetzt bleibst du hier. Komm mal hier rein. Nein, 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 nein. Schweini, bleib hier. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei. Hier. Ups, Schweini. Ich hab keine... Ah, nein. Nein. Ey, das sieht doch schon mal gut aus. Hört auf, Leute. So, Lava. Okay. Machen wir das hier wieder kaputt? Ich brauch ganz viel Holz. Was haben wir hier? Fünf Eisen. Okay, okay, okay. So. Machen wir nochmal ein Eisen draus. Hier. Haben wir gleich sechs. Schweini, geh zurück zu deinem Gehege. Das ist nicht dein Platz hier. Mensch, Schweini. Lass das. So. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Ich muss jetzt auch ganz viele Fackeln mal hier drum verteilen, weil erinnere ich, dass es gleich nackt wird. Und ich hab da ein dickes Problem. Und dann spawnen hier einfach Zombies. Das will ich ja nicht. Es regnet, Schweini. Schweini, geh in dein Gehege. Oh, nein, Schweini. Geh in dein Gehege rein. Du sollst da rein. Du hast hier nichts verloren. Mann, ich brauch ganz viele Sticks. Das ist jetzt grad richtig blöd. Hab ich hier noch Holz? Nein. Aber ich hab noch einen Ofen. Wo hab ich eigentlich noch einen Ofen? Egal, den platziere ich jetzt hier hin. Pack dort das hin. Und pack jetzt mein Fleisch da rein. So. Komm, Hähnchen. Rein mit dir. Zack. So. Okay, Schweini. Wir müssen weitermachen. Oh, Alter. War das knapp. Ein Kohleblock. Perfekt. Da, mein... Oh, mein Gott. Ja. Let's go. Let's go. Ich muss das jetzt mit der Spitzhacke kaputt machen. Endlich, Alter. So, jetzt können wir Sticks machen, Schweini. Pass auf. Oh, mein Gott. Oh, komm schon. Wir brauchen ganz viele Sticks. Hallo? Perfekt. Schweini? Was sagst du dazu? Finde ich auch. Richtig stark. So, 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 so. Jetzt können wir Sticks machen. Äh, hier ganz viel Holz. 21 Stück. Wir machen Sticks. Perfekt. Jetzt holen wir unser Eisen hier raus. Eine Eisenspitzhacke. Falls wir Diamanten bekommen sollten. So, was machen wir jetzt noch? Ei... Warte, wir machen nochmal ein paar, zwei Sticks. Und jetzt machen wir eine Axt. Ganz wichtig. Eine Axt, eine Axt, eine Axt. So, zack. Und ein Tool für unser Essen. Perfekt. Sehr gut. Das fängt schon mal sehr, sehr gut an. So, wir setzen jetzt nochmal ein Eichensetzling hier rein. Vorsichtig, Schweini. Hier haben wir noch eins. So, wir machen das eigentlich... Eigentlich... Komm, wir machen das direkt hier unten. Aber hier. Ja, hier. Ja, genau hier so. Zack. Perfekt. So, Schweini. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Wir schaffen das hier. Neun Kohle. Okay, jetzt müssen wir uns mal hier kurz sortieren. Lavablöcke weg. Das behalte ich ganz kurz. Mein Eisenschwert packt hier rein. Das weg. Das brauch ich auch. So, und das brauch ich auch. Die Federn brauch ich jetzt gerade erstmal nicht. Stein brauch ich. Erde brauch ich. Holz brauch ich. Wichtig. Brauch ich, brauch ich, brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Brauch ich, brauch ich nicht. So, wir machen jetzt auf jeden Fall hier mal unsere Insel größer. Weil ich möchte jetzt endlich ein Haus bauen. Ihr seht schon, es regnet. Und ich will ein Haus bauen. So, Schweini. Wir müssen jetzt ein Haus bauen, Schweini. Es tut mir leid. Ich habe gerade gar keine Zeit für dich. Ich mache dein Gehege gleich fertig. Versprochen, ja? Ey, wenn jemand das sehen würde, würde ich mit dem... Wie ich gerade mit einem Schwein rede. Ja, okay. Ihr seht es vielleicht. Aber ihr dürft niemandem was davon erzählen. Schweine können auch reden. Sie haben auch Gefühle. Stimmt's, Schweini? Siehst du? So. Okay, Fläschchen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Fläschchen mache. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ich damit... Oh! Nein! Oh mein Gott! Ein Zombie! Oh! Alter, war das knapp! Äh. Oh, oh. Oh. Ey, Schweini. Das war mega knapp. Stell dir vor, du wärst gestorben. Oh, hier ist noch eine Kiste. Was ist das denn? Monster-Spawner? Oh! Zombie-Spawner? Okay. Wir müssen das gleich direkt mal testen. So, wartet mal. Das packe ich mal hier rein. Äh. Hier hinten vielleicht. Hier. Kann ich... Oh! Guckt euch das an! Ich habe ein Baby-Zombie hier. Juhu! Wie cool! So, weg mit dir. So. Habe ich gerade mein Setzling weggehauen? Habe ich gerade wirklich mein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Hier, rein mit dir. So, und wir hatten noch hier Eisenblock. Oh mein Gott. Eine Rüstung. Komm schon. Ja, eine Hose. Let's go. Wichtig. So. Jetzt können wir eigentlich hier auch noch... Aber das machen wir gleich. Das machen wir gleich auf jeden Fall. Was haben wir noch? Nichts mehr. Okay, wir müssen das wieder kaputt machen. Schweini, ab zur Seite mit dir. Du bist mein einziger Freund hier. Du darfst jetzt nicht sterben. Auf gar keinen Fall sterben. So, noch... Oh! Perfekt. Noch mehr Holz. Okay, wir können gleich auf jeden Fall ein Haus bauen. Schweini, vorsichtig. Oh, was war das denn? Okay, das war knapp. Sehr schön. Oh, noch ein Schwein. Noch ein Schwein. Wir haben hier zwei Schweinis. Zaun, Zaun, Zaun. Sehr gut. Wo ist mein Zaun hier? Wir können das Gehege jetzt hier auf jeden Fall weiterbauen. So. Schweini? Äh, ich brauche unbedingt einen Namen, Leute. Schreibt mal in die Kommentare für Schweini 1 Namen und für Schweini 2. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. So, wir müssen jetzt hier erstmal weitermachen. Okay. Ähm. Haben wir noch Holz bekommen? So, perfekt. So, zwölf Stück. Jetzt könnten wir hier eigentlich schon ein bisschen unser Haus erweitern. Haben wir hier noch irgendwo Bruchstein? Perfekt. So. Feini, vorsichtig. Ich muss hier gleich mein Haus bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das machen wir weg. Und dann können wir hier schon unser kleines, aber feines Haus machen. So. Und passt. Passt. Wackelt und hat Luft. Finde ich sehr gut. So. Dann geht das hier hoch. Zack. Und. Oh mein Gott. Perfekt, perfekt, perfekt. Hier wird unser Haus entstehen. So. Das ist ein kleines Haus, aber ein feines Haus. Wie gesagt. Alles noch drin. So. Gib mir noch mehr. Komm, ich brauche noch mehr Holz. Da, sehr schön. Was haben wir hier? Okay, noch mehr Essen. Schwein, noch mehr. Okay, okay, okay. So. Wir verarbeiten das Ganze mal kurz. Jetzt haben wir vier Holz. Zack. 1, 2, 3. Okay. Das Dach steht gleich. Wo ist mein anderes Schwein? Feini? Feini? Hey. Nein. Wir haben nur noch ein Schwein. Oh oh. Wir müssen uns beeilen. Was war hier? Wieso haben wir noch? Wollen wir mit dir traden? Oh nein. Weg mit dir. Oh. Das ist. Komm. Hau ab hier. Du Spinner. Du hast ja gar nichts dabei gehabt. Oh. Noch einer. Kann ich mit dir traden? Oh. Das ist doch schon viel spannender. Aber. Weg von meiner Insel. Du hast Inselverbot gekriegt. Inselverbot. Oh nein. Ey. Was ein Scheiß. So. Pass auf. Wir haben hier ganz viel Scheiß. Okay. 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 Wir müssen das einmal ganz kurz wegwerfen. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Leder will ich gar nicht haben. Wir haben zwei Truhen, die wir jetzt kurz einmal hier erstellen können. Und zwar. Das würde ich gleich in unserem Haus machen. Haben wir noch Holz bekommen? Ja. Ein Holz haben wir noch bekommen. So. Da können wir unser Haus weiterbauen. Sehr schön Schweini. Alter. Ein Schwein ist noch bei mir geblieben bis zum Schluss. Wie süß ist das denn? So. Wir haben noch mehr Holz. Okay. Das ist kurz weg. Weiße Wolle kurz weg. Fleisch kurz weg. Holz und Holz. Okay. Und zack. So. Oh. Wartet mal. Ja. Oh. Fleisch. Okay. 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 Passt auf. Sortieren. 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 Fleisch einmal kurz weg. Eier können wir auch. Skletteneier will ich gar nicht haben. Weg damit. Weg. 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 So. Nee. Das kommt jetzt mal ganz schnell wieder zurück. So. Verhalten wir alles. Okay. Jetzt können wir hier unser Haus fertig machen. Zack. Zack. So. Unser Haus steht fast. Sehr gut. Wieso gibt es mir Schnee? Oh. Ein Hund. Ein Hundi. Wir haben Knochen gehabt. Nein. Weg mit dir. Wir haben Knochen gehabt. Hundi. Hier. 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 Nein. Äh. Fleisch. 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 Äpfel. Magst du Äpfel? Nein. Wir haben doch Fleisch gehabt. Hä? Ja. Ich gebe dir Fleisch. Warte mal. Hier. Hundi. Nein. Ich will noch mehr Knochen haben. Bleib bei uns. Ja. Bleib bei uns. Du bist ein Guter. So. Pack mal jetzt hier rein. Warte mal. Äh. Erde können wir noch behalten. Dann können wir noch weiter aufbauen. Wir machen das hier hinten. Hatten wir hier nicht noch irgendwo. Warte mal. Hatten wir die hier? Nein. Wir hatten die hier drin. Äh. Äh. Ja. Hier. Was soll ich Zuckerrohr machen? Hm. Nee. Komm. Ich nehme erst mal diese Samen hier. Und wir haben hier rote Beete Samen. Okay. So. Die Äpfel legen wir kurz weg. Eins. Und. Äh. Zwei. Drei. So. Jetzt habt ihr Zeit. Hallo Hundi. Es geht gleich hier los mit dir. Ja. Wir brauchen noch einen Namen für unseren Hund. Auf jeden Fall direkt in die Kommentare reinschreiben. So. Noch mehr Fleisch. Jetzt kommt aber ganz viel Schnee. Das ist ein bisschen doof. Äh. Äh. Oh. Oh mein Gott. Bin ich lost. Wir brauchen eine Rüstung. Und zwar brauchen wir einen Helm. So. Helm anziehen. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Uns kann keiner was. Alter. YouTuber Insel. Ich werde YouTuber Insel rasieren. Aber. Ich mach doch nicht mit. Egal. So. Wir machen hier weiter. Oh. Hier. Hm. Okay. Noch mehr Erde. Ich will doch kein. Wieso unten da Eis? So. Verarbeiten wir direkt. So. Jetzt können wir unser Haus schon mal ein bisschen weitermachen. Sehr wichtig. So. Jetzt können wir das auf jeden Fall zumachen. Zumachen. So. Perfekt. Da haben wir Fenster hier. Okay. Das ist ein super cooles Haus. Was haben wir hier noch schönes? Lava. Und noch mehr. Wasser. Hm. Wasserblöcke. Was kann ich denn alles mit Wasserblöcken machen? Oh. Ich will. Oh. Oh. Wir haben einen Eisbär. Ist der lieb? Eisbär? Bist du lieb? Warte. Ich gebe dir Fleisch. Ihr mögt doch Fleisch. Hä? Eisbären mögen Fleisch. Was mögt ihr denn? Eisbär, man. Ja, dann nicht. Komm noch her. Oh. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ich will nicht sterben. Hör auf. Nein. Freunde. Das war's mit dem Video. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass ein Like da, abonniere den Kanal und checkt unbedingt meine anderen Minecraft Videos ab, wenn du sie feierst. Bis dann. Hey, Grinch-Bags. Du bist mein Lieblings-Super, bitte. Ey, ich kann es grad nicht glauben, warte.